Es ist der 3.4.2022 und ich bin wieder am Schanzenberg unterwegs. Heute ist nur eines der ersten Treffen des J70-Segel-Bundesliga-Teams vom LSV und da bin ich dabei. Ja, moin an alle. Lübecker Seglerverein, Segel-Bundesliga-Team. Wir machen dieses Wochenende den Saisonauftakt. Seniorenteam, Juniorenteam, zwei Schiffe, 14 Segler, geiles Wetter, gute Stimmung, viel Sonne und wir nutzen es, um hier in den Flow zu kommen. Wir machen das, um hier in den Flow. Jetzt sind die Evangeline Muito-Realm-Water, die wir verbringen. Oh, hoi! Oh, 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 oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Das ist vielleicht einfach ein bisschen, ich brauche mir zu tun. Ich weiß es nicht, ich muss mir draufholen, ich hab mich, vielleicht ein bisschen softer anschauen. Das war sehr vakant-heutend. Wir nehmen das linke, passen wir mal auf die andere Seite, dass wir das ganze machen hier und dann machen wir gleich wieder drei Minuten. Hab ich doch schon gegeben. Ich denke nicht. Ok, ganz schön. Bis zum nächsten Mal. So, zwei Stunden Training sind durch. Sag mal, Christian, Teammanager, wie ist dein Fazit? Ja, super Wochenende, guter Saisonauftakt. Insgesamt 14 Leute auf den Schiffen gehabt. Viel probiert, viele neue Interessenten dabei. Ich denke, das wird eine schöne Saison dieses Jahr. Also, es kann losgehen. Richtig.